Tägliche Andachten von Derek Prince. Gelesen von Daniel Tracy. 27. September. Es gibt für alles eine Zeit. Innerhalb der Grenzen dieser gegenwärtigen Weltordnung sind alle Geschöpfer den Prozesses der Zeit unterworfen. Die Zeit ist ein Faktor in der Gesamterfahrung des Menschen, den er nicht ändern kann. Alle Menschen in dieser Welt sind Geschöpfer und Sklaven der Zeit. Kein Mensch hat die Macht, den Lauf der Zeit aufzuhalten oder ihm umzukehren. Diese unerbittliche Herrschaft der Zeit über die Angelegenheiten der Menschen hat die Gedanken und Vorstellungen denkender Menschen und Frauen während der gesamten aufzeichnenden Geschichte des menschlichen Geschlechts stets beschäftigt. Auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten haben die Menschen versucht, der Herrschaft der Zeit zu entkommen, aber immer vergeblich. Der englische Dichter Andrew Marvel drückte den Ruf der Menschheit aus, als er sagte, Dichter und Philosophen, alle Epochen und Kulturen haben in zahllose verschiedenen Formen und Redewendungen denselben Gedanke zum Ausdruck gebracht. Die unabänderlichen Lauf der Zeit und ihre unerbittliche Herrschaft über alle Menschen und alle geschaffenen Dinge. In den letzten Jahren hat die Physik mit der Realitätstheorie einen bemerkenswerten Beitrag zur menschlichen Verständnis der Zeit geleistet. Kurz gesagt besagt diese Theorie, dass die beiden Kategorien Zeit und Raum untrennbar miteinander verbunden sind, so dass keine von ihnen richtig definiert oder erklärt werden kann, wenn sie nicht in Beziehung zur anderen steht. Wir können weder den Raum ohne den Bezug zur Zeit noch die Zeit ohne den Bezug zum Raum genau definieren. Zusammen bilden diese beiden das, was die Wissenschaft das Raum-Zeit-Kontinuum nennt. Wenn wir versuchen, diese moderne Theorie mit der Offenbarung der Bibel in Verbindung zu bringen, können wir sagen, dass dieses Raum-Zeit-Kontinuum der Rahmen ist, in dem die gesamte gegenwärtige Weltordnung existiert. Durch einen souveränen Akt Gottes ist diese Raum-Zeit-Kontinuum zusammen mit der gegenwärtigen Weltordnung entstanden. Und durch einen weiteren souveränen Akt Gottes wird diese gegenwärtige Weltordnung zusammen mit dem Raum-Zeit-Kontinuum, in dem sie existiert, wieder aufhören zu existieren. Vor, hinter und jenseits des gesamten Raum-Zeit-Kontinuums bleiben die ewige Natur und das Wesen Gottes unverändert. Die Bibel offenbart, dass das Ende der Zeit für die gegenwärtige Weltordnung als Ganzes zu einem von Gott vorher bestimmten Zeitpunkt kommen wird. In gewisser Weise muss sich jedoch jeder Mensch, der jetzt noch lebt, vor diesem göttlichen Erlass über das Ende der Zeit beugen. Als Einzelne brauchen wir nicht auf das Ende der gegenwärtigen Weltordnung zu warten. Für jeden von uns steht ein Moment bevor, in dem die Zeit nicht mehr sein wird. Ein Moment, in dem jeder von uns am Ende des Zeitlaufs angekommen und in die Ewigkeit eintreten wird. Im Haus des verstorbenen Kaim Weizmann, des ersten Präsidenten Israels, wurde die Zeige der Uhr zur Stunde des Todes des Präsidenten angehalten. Dies ist ein Bild für das, was jeden Menschen erwartet, ganz gleich, welche Stellung er im Leben einnimmt. Für jeden einzelnen Menschen kommt die Stunde, in der die Zeiger der Uhr stehen bleiben. Ein Moment, in dem die Zeit aufhört und die Ewigkeit beginnt. Jemand hat diesen Gedanken mit den Worten ausgedruckt, die Uhr hinter allen anderen Uhren ist das menschliche Herz. Wenn diese Uhr aufhört zu schlagen, dann hören auch alle anderen Uhren auf zu ticken. Für jeden Einzelnen ist das Ende des Lebens das Ende der Zeit. Sie können mir gerne das folgende Gebet nachsprechen. Himmlischer Vater, was für ein wunderbar ruhiges und sicheres Gefühl ist es, zu wissen, dass meine Zeit in Deiner Hand liegt. Du machst mir das ständig bewusst, Herr. Ganz gleich, mit welchen Situationen ich konfrontiert werde oder was in meiner Familie, in meiner Stadt oder in meinem Land geschieht, mein Leben ist ständig und vollständig in Deiner Hand. Ich danke Dir. Amen. 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 Vielen Dank.